Da willst du rein? Ja. In goldenen Handschuhe. Ja. Da gehen auch normale Menschen rein. Soldaten Norbert, Tampon Günther, Cola Rumwaldraut, Nasen Ernie, Dorncat Max. Wie kommt man denn zu so einem Namen? Weil du nur morgens, middags, abends Dorncat trinkst. Und heißt Max? Nee, Peter. Ich frage die Dame, ob sie was trinken möchte. Nee, wäre es mir zu hässlich. Und, was sind Sie? Herr Honka. Verstückt ihr da so? Hiermit erkläre ich, dass ich es im Leben noch nie so gut hatte wie bei Herrn Honka. Herr Honka weiß viel besser als ich selber, was gut für mich ist. Und deshalb erkläre ich ferner, Herrn Honka, meine leiblich geborene Tochter Rosi zuzuführen, dass er sie vernaschen darf. Und? Weißt du aber noch was auszusetzen? Es gibt genau drei Gründe, warum der Mensch trinkt. Erstens, um was Schlimmes zu vergessen. Zweitens, um was Schönes zu feiern. Und drittens, wenn mal nichts los ist, dass was passiert. Hallo. Denk auch an morgen. Denk auch an mich. Junge, komm mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Einen wunderschönen guten Abend, die Damen. Junge, komm mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Mal wieder. Ich bin ein bisschen rauer, aber stark. Ich bin ein bisschen rauer, aber stark.